Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Royal Bomber Coats. Ich habe zwei Stücke gekauft. Einen habe ich selber für mich eingelöst. Ja, weil den wollte ich auch auf meinen Main, auf dem ich halt am meisten zocke. Weil da sind halt die meisten Skits und so drauf. Dann, was gibt es noch? So, ja, Account werde ich entweder heute Abend dann irgendwann kaufen oder morgen. Ich bin mir noch nicht sicher, auf jeden Fall, um zu gewinnen bei den Royal Bomber Coats. Es gibt zwei Gewinner. Ihr müsst einfach nur abonnieren, dieses Video liken und unter dieses Video kommentieren. Jo, dann seid ihr schon dabei und könnt gewinnen. Bis später im Stream. So, ich mache so 20 Uhr ungefähr den Stream. Jo, bis dann. Ciao.